Drei kleine Schweinchen Es war einmal ein Mutterschweinchen mit drei kleinen Babyschweinchen. Eines Tages sagte Mutterschweinchen zu ihren Kindern, Für mein kleines Häuschen seid ihr zu groß geworden. Ihr habt hier keinen Platz mehr. Es ist an der Zeit, dass ihr auszieht und euch selbst ein Heim baut. Wie es sich die Mutter gewünscht hatte, zogen die drei kleinen Schweinchen von zu Hause fort, um sich eigene Häuser zu bauen. Das erste kleine Schweinchen wollte sich ein Haus aus Stroh errichten. Das schaffe ich in ein paar Stunden, sagte das erste kleine Schweinchen zu den anderen. Das wird aber sehr anfällig sein, sagten die beiden anderen kleinen Schweinchen. Aber das erste kleine Schweinchen hörte nicht auf sie und baute schnell sein Haus aus Stroh mit einem gemütlichen Wohnzimmer. Das zweite kleine Schweinchen war nicht ganz so faul wie das erste. Sein Haus sollte mit Stöcken gebaut werden. Dafür brauche ich nur einen Tag, sagte es. Innerhalb eines Tages baute das zweite kleine Schweinchen sein Haus mit einem gemütlichen Wohnzimmer. Das dritte kleine Schweinchen warnte, um ein festes Haus zu bauen, das allen Wettern widersteht, braucht man mehr als schwache Stöcke. Das dritte kleine Schweinchen wollte Ziegelsteine als Baumaterial. Der Hausbau dauerte mehrere Tage. Während das dritte kleine Schweinchen am neuen Haus arbeitete, spielten seine Brüder in den Wiesen. Unter ziemlichen Anstrengungen brachte das dritte kleine Schweinchen ein Haus mit soliden, starken Wänden zustande. Als das Ziegelsteinhaus fertig war, kam der große, böse Wolf. Die drei kleinen Schweinchen rannten weg. Jedes wollte sich in seinem neuen Haus in Sicherheit bringen. Der Wolf rannte dem ersten kleinen Schweinchen hinterher. Vor dem Strohhaus rief er, »Kleines Schweinchen, lass mich rein!« »Nein, Herr Wolf«, antwortete das erste kleine Schweinchen. Der Wolf hat geschnauft und geschnauft und dann das Haus einfach weggeblasen. Dem ersten kleinen Schweinchen gelang es noch zu fliehen. Es rannte zu seinem Bruder, dem zweiten kleinen Schweinchen, mit dem Stockhaus. Der Wolf rannte hinterher. Vor der verschlossenen Tür rief der Wolf, »Ihr beiden kleinen Schweinchen, lasst mich herein!« »Wir werden dich nicht reinlassen, Herr Wolf«, antworteten die beiden kleinen Schweinchen. Der Wolf hat wieder geschnauft und geschnauft und dann das Haus einfach weggeblasen. In panischer Angst rannten die beiden kleinen Schweinchen zum Ziegelsteinhaus. Bald darauf stand der Wolf vor der Tür. »Ihr drei kleinen Schweinchen, lasst mich herein!«, verlangte der Wolf. »Nein, auf keinen Fall!«, riefen die drei kleinen Schweinchen. Nun schnaufte der Wolf und schnaufte und schnaufte. Er schnaufte und schnaufte noch viel mehr. Aber das Haus wegblasen, das konnte er nicht. Nun suchte der Wolf nach einem anderen Weg, wie er ins Haus kommen könnte. Der Wolf sprang aufs Dach und sah durch den Schornstein nach unten in den Wohnzimmerkamin. Die drei kleinen Schweinchen hörten den Krach auf dem Dach. Sie holten einen großen Topf voll Wasser und stellten ihn in den Kamin. Der Wolf rutschte den Schornstein hinunter und fiel ins heiße Wasser. Ein kleines Schweinchen holte einen Deckel und stülpte ihn auf den Topf. »Das ist das Ende des großen, bösen Wolfs!«, »Ihr könnt alle mit mir in meinem Haus wohnen«, sagte das dritte kleine Schweinchen. »Und ein großer, böser Wolf kann uns niemals wieder Angst einjagen.« Ende